So, hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder Hans-Peter von freiheit-durch-wahrheit.com. Heute aus Peru, 3100 Meter über Null. Wie heißt es so schön? Wer sucht, der soll nicht aufhören zu suchen, bis er findet. Und wenn er findet, wird er bestürzt sein. Und wenn er bestürzt ist, wird er erstaunt sein. Und er wird König sein über das All. Ja, jetzt ist es wieder soweit, ihr Lieben. Einmal im Jahr biete ich was ganz Besonderes für ganz besondere Menschen an, die damit in Resonanz gehen. Vor zwei Jahren hatte ich ein exklusives Seminar für nur neun Menschen im Testlauf. Letztes Jahr, bei dem zweiten, mit mehr Teilnehmern. Und dafür wurde zum Austausch der Teilnehmer auch ein Infokanal gegründet und ein Austauschkanal bei Telegram für alle Seminarteilnehmer. Dieser Kanal existiert noch heute und wird täglich fleißig genutzt. Warum? Weil sich dort Menschen gefunden hatten im Seminar, die auf einer homogenen Ebene schwingen und sich teilweise seit Äonen kennen. Das, was das Seminar mit ihnen gemacht hat, das ist einfach gigantisch. Und kaum in Worte zu fassen, ihr Lieben. Oder kaum mit Worten zu beschreiben. Wisst ihr, der entscheidende Punkt war, dass so gut wie alle Teilnehmer verstanden haben, dass die Veränderung immer von einem selbst und von innen ausgeht. Und dass eine erfolgreiche Manifestation mehr ist, als einfach nur zu visualisieren und Techniken, die man lernt, anzuwenden. Wir sprechen heute wieder über das Thema Manifestation, erfolgreiche Manifestation, Nutzung unserer Schöpferkraft, Voraussetzungen, die dafür da sind, das Verständnis dafür, wie es funktioniert. Weil Manifestieren ist nicht einfach nur irgendwas visualisieren oder irgendwelche Techniken anzuwenden. Es gehört viel mehr dazu. Und die einzelnen Punkte, die drösele ich euch schlüssig heute auf und hoffe, dass es euch neugierig macht. Ich rede gegen Ende des Videos auch bezüglich dessen mal aus meinen eigenen Erfahrungen und meinem eigenen privaten Stiebwitter am Ohr, Nähkästchen, wie wir das erlebt haben und wie wir dazu gekommen sind. In diesem Sinne, ihr Lieben, es geht los. Freut euch drauf auf die heutigen Ausführungen. Freut euch drauf auf die heutigen Ausführungen. Wir manifestieren 24 Stunden und sieben Tage die Woche. Ohne Feiertage, ohne Pause. Wir manifestieren eigentlich rund um die Uhr. Nur, was manifestieren wir denn da? Das ist die entscheidende Frage. Was sind unsere Glaubensmuster? Unsere von der künstlichen Matrix erzeugten Verhaltensmuster und Überzeugung? Und wie erkenne ich diese? Was kommt von außen und gehört nicht zu mir? Was darf ich ignorieren? Was ist Teil meines Seelenselbst und ich kann es verändern? Was ist überhaupt mein Seelenselbst? Und was ist mein Seelenplan? Das ist eine entscheidende Frage für ganz viele. Bin ich auf Kurs oder bin ich weit entfernt davon? Wisst ihr, wir leben in einer Welt und einem künstlichen System, so nenne ich es mal, das alles daran setzt, uns von unserem wahren Wesenskern dauerhaft zu entfernen. Wahre Spiritualität, das ist wirklich unser bedingungsloses Grundrecht. Es ist unser Geburtsrecht. Und es ist die Verdrehung um 180 Grad. Es ist die Spiegelung. Denn Spiritualität, Gelebte, Wahre, Verstandene, ist das eigentlich Normale. So wie es auch unsere Ahnen lebten. Und die Abwesenheit des göttlichen Funken in uns, das ist eigentlich das Unnormale. Ich sage nur Epheta, erkenne dich. Das Dunkle, ihr Lieben, hat wirklich nur eine Chance zu überleben. Weil der Mensch sich von Gott getrennt hat. Und das aus freien Stücken, wenn auch zum Teil unbewusst. Und das Dunkle oder das Böse, wie wir es auch immer bezeichnen, ist nichts anderes als die Abwesenheit von Licht. Also unsere Trennung vom Göttlichen. Wenn wir uns also alle unserer Göttlichkeit und Genialität wieder bewusst werden würden, dann wäre das Dunkle, zwar aufgrund der Dualität, die noch existiert, da, aber es wäre zu vernachlässigen. Manifestieren ist auch interessant, das Wort einfach mal ötymologisch zu betrachten. Mani und fest, etwas festmachen. Etwas handgreiflich machen. Etwas aus dem Äther in die 3D-Ebene zu bringen. Mani gleich Manu gleich Anu gleich Anu als Wortstamm. Schöpfergott. Manu ist der Schöpfergott der alten Germanen, wie auch der Inder. Danu, auf dem Wortstamm An, Anu basierend, auch zum Beispiel der Irren. An, Anu, der Mesopotamia und der Akkadier. Manu, wenn man die Worte etwas umdreht hat, man Amun gleich Amen. Das ist uralt, ihr Lieben. Das sind ganz, ganz, ganz uralte Lehren, die dahinterstehen, die in der Antike und vorher gut verstanden wurden, aber heute verdreht wurden. Aber wir entdecken alles gerade wieder. Was bedeutet also erfolgreich manifestieren? Was bedeutet es, wie der inneren und äußeren Frieden, Reichtum, Glück und Wohlstand zu leben, ihr Lieben? Es ist unser Geburtsrecht. Nochmal. Und wenn wir von einem erfolgreichen Leben sprechen, da gibt es Hebel, die wir erst mal verstehen sollten, um nicht ständig immer wieder in die Falle zu schreiten. Wie funktioniert zum Beispiel die globale Massenpsychose? Das ist wichtig zu verstehen. Und welche Lösungen gibt es, sie zu erkennen, um nicht weiter Opfer dieser kollektiven Psychose zu sein? Und dazu sollten wir zum Beispiel auch die fünf Gesetze der Finsternis kennen. Denn sie erklären uns sehr viel. Ein weiteres Ziel in dem viermonatigen Seminar, vier Monate geht es, deswegen mache ich es nur einmal im Jahr, ist es, unsere Überzeugungen zu prüfen, ihr Lieben, und zu überdenken. Und es geht darum, dass wir unseres Bewusstseins wieder bewusst werden. Denn am Anfang war nicht das Wort, das ist falsch. Es war der Logos. Unsere Gedankenwelt ist entscheidend. Was ist aber Bewusstsein? Was sind deine Belastungen des Lebens? Wie kontrolliere ich mein Bewusstsein? Euer Bewusstsein ist nicht euer Gehirn. Und es ist nicht in eurem Gehirn. Euer Bewusstsein ist ein Energiefeld voller Informationen. Es ist nicht lokalisierbar. Da es zu jeder Zeit überall und teilweise auch außerhalb eures Körpers ist. Es ist ein Teil des sogenannten kosmischen Bewusstseins. So würde ich es jetzt ausdrücken. Dann geht es auch darum natürlich, weil es geht immer darum, individuelle Lösungen zu finden. Wir sind nicht alle gleich. Bin ich der Typ instinktiv, emotional, moralisch, selbstbestimmt, transzendent? Bin ich eine Mischung davon? Achte ich auf meine Gedankenwelt? Denn wir wissen, dass die Energie immer der Aufmerksamkeit folgt. Und dazu zitiere ich euch zum Beispiel einen uralten Spruch von Atiyahe aus dem alten Babylon. Satz 2 Denn des Jenseits Wesen sehen die Bilder der Gedanken der Menschen. Gute Gedanken rufen Gutes herbei, böse Gedanken Böses. Einfach zu verstehen. Satz 3 Wesen sind die Kraft des Jenseits. Wesen mit Namen und Willen und Eigenperson. Fast wie Menschen sind. Gute gibt es und Böse da. Wesen des Lichts und Wesen der Finsternis. Wie ihr denkt und also seid, so ruft ihr gemäße Mächte herbei. Klare Aufforderung? Werde deines Bewusstseins bewusst. Steuere deine Gedankenwelt. Unsere Gedankenwelt ruft letztlich genau das herbei, auf das wir uns energetisch fokussieren. Welche Seite füttert ihr mit euren Gedanken? Wir werden auch in dem Seminar 10 neue Lebensprinzipien kennenlernen, sodass ihr eure eigene Zeitlinie erfolgreich verändern könnt. Transformieren könnt, um die beste Version eures Selbst zu werden. Um eure eigene Zeitlinien bis zu 12 zur jetzigen Zeit in einem einzigen Zeitstrahl, einem Bündel, und zwar deines Königsaspektes vereinen zu können. Ein Patentrezept gibt es nicht, ihr Lieben. Denn wir alle sind Individuen und jeder Weg von jedem von uns ist immer individuell. Wer also euch erzählt, dass ihr euch so und so ernähren müsst, dass ihr so und so zu leben habt, dass ihr so und so zu manifestieren und zu beten habt. Leute, nehmt ganz schnell eure Beine in die Hände und rennt weg. Es geht vielmehr darum, dass euch Botschaften gegeben werden, dass euch Optionen gegeben werden, dass euch Möglichkeiten erreichen, um euch selbst und euren Seelenplan zu erkennen. Und so kann das Seminar zwar für jeden inhaltlich gleich sein, aber euer Weg ist völlig unterschiedlich. Weil ein guter Lehrer nimmt euch nichts ab, er leistet nur Hilfe zur Selbsthilfe. Und es gibt Meister und die wahren Meister, die erschaffen Meister. So wie es auch Jeschua zum Beispiel beabsichtigte, siehe Johannes 14, 12. Wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke tun, die ich tue. Und er wird Größeres als diese tun, denn ich gehe zum Vater. Er sagt ja, dass wir Größeres als er tun können, dass wir alle Söhne Gottes sind. Dass Gott in uns ist. Es gibt auch zum Beispiel ganz alte Lehren aus dem Chaldeischen Reich, also dem heutigen oder dem damaligen Mesopotamien. Und die haben eine Typisierung gemacht der Astronomie. Das ist auch sehr interessant. Heute wird sie Heptopathie genannt. Und wisst ihr, es gibt dann Bücher wie zum Beispiel Frauen sind von der Venus, Männer sind von Mars. Das ist eine Pauschalisierung, der nicht alle Menschen entsprechen. Man schiebt wieder die Menschen in charakteristische Schubladen. Und die, die nicht reinpassen, fühlen sich nicht wohl. Sie sind nicht gut, wie sie sind. Aber es gibt nicht nur Typ Mars und es gibt nicht nur Typ Venus. Und das ist entscheidend. Und diese Info wurde uns lange vorenthalten. Okay? Das ist wichtig zu wissen. Es gibt sieben. Ich erzähle es mal zum Beispiel so. Es gibt den Typ Sonne, der Typ 1. Das ist das Ich, das Ego. Es gibt den Typ 2, das ist der Mondtyp. Das ist der Du-und-Ich-Typ. Sehr spirituell. Es gibt den Merkur-Typ, der Wandlungsfähige. Der sagt, wir sind alle da. Er hat ein Kollektivbewusstsein, das auf die Gruppe ausgerichtet ist. Der Typ Mars ist der Typ Familie und Schutz. Geborener Hausmeister zum Beispiel. Oder halt auch Krieger, Kämpfer. Dann gibt es den Typ Venus. Das ist die gelebte Liebe zum Beispiel. Und das sind nicht nur Frauen. Es sind nicht nur Frauen, die Typ Venus sind. Okay? Das sollte man wissen. Und dann gibt es den Typ Jupiter zum Beispiel. Das ist der Rebell. Das Thema Regeln und Ordnung sind für ihn wichtig. Okay? Der Freiheitskämpfer oder den Saturn. Das sind wieder ganz andere Menschen. Denen ihre Aufgabe ist es, Wissen zu speichern und zu sammeln. Auch das wird in dem Seminar geklärt, aufgeklärt, weil diese Typisierung des alten Mesopotamiens helfen uns auch, uns selbst zu erkennen. Sie helfen uns, unsere Stärken zu stärken. Und das ist ganz, ganz wichtig. Sie zu erkennen. Mir hat es damals sehr, sehr viel geholfen, meinen Typ zu erkennen. Und damit auch zu erkennen, ich bin gut so, wie ich bin. Weil das ist mein Typ. Das ist mein Wesen. Auch wenn nicht alle damit konform gehen. Und auch wenn ich nicht in diese Kollektivgeschichte reinpasse. Dann geht es auch darum, das ist ganz wichtig, das ist ein ganz wichtiger Satz, Es geht darum, Ideale zu leben, statt Idolen zu folgen. Es geht darum, damit eure eigene innere Apokalypse, eure eigene Offenbarung zu erleben und zu leben. Es geht auch darum, dass ihr mal die Ausdrucksformen des Naturrechts kennenlernt. Die sind sehr wichtig. Weil sie beantworten uns Fragen des Lebens. Und sie zeigen dir, ob du auf deinem richtigen Pfad bist. Es geht hier nicht um falsch verstandene Esoterik. Es geht um wahre, gelebte, uralte Spiritualität. Es geht um uraltes Wissen in die neue Zeit gebracht. Und deswegen findet wahre Transformation ja nicht unbedingt auf der Yoga-Matte statt, sondern nichts gegen Yoga, aber es ist nur ein Vergleich, sondern in den kleinen und üblichen Konfliktsituationen des Alltags. Denn da lernen wir, diese rechtzeitig zu erkennen und zu ändern. Ganz, ganz wichtiges Thema, auch ein Basisbaustein, ist die Quarbalistik, ihr Lieben. Ihr wisst, jedes gesprochene Wort trägt immer eine Signatur. Es trägt eine Schwingung und eine Resonanz in sich. Die Macht des gesprochenen Wortes kann gigantisch sein. Lernt diese spezielle Form der Quarbalistik und Formeln und Glaubenssätze kennen, denn sie bereichern euer Leben. Die vergangenen Seminare haben ausdrücklich und eindrücklich gezeigt, dass sie eine unglaubliche Kraft für ganz viele Menschen in sich tragen und viel bewirken können. Meine Frau und ich wenden das seit sieben Jahren an und zwar erfolgreich und wir ziehen damit wirklich alles in unser Leben, was wir uns bisher erträumt haben. Solange es im Einklang mit den kosmischen Gesetzmäßigkeiten und eurem eigenen Seelenplan ist. Das ist wichtig zu erkennen. Die erforderlichen Unterlagen dafür im Wert von mehreren hundert Euro sind auch inklusive. Wisst ihr, das System, das will euch erzählen, dass wir alle gleich sind. Aber das sind wir nicht. Wir sind wirklich alle Individuen aus der gleichen Quelle, aber nicht gleich. Und das wusste man auch bereits schon tausende vor Jahren. Siehe zum Beispiel Ilubal 2.6. Dort steht, fürchtet hingegen die Gleichmachung. Denn wo Gleichmachung vorherrscht, da gibt es weder Schatten noch Licht, weder Farbe noch Freude und keine Gerechtigkeit. Ilubal 2.11. Lasst euch nicht betören von Teufeln, die das einerlei preisen. Heuchler sind sie, Verführer. Sie wollen das trübe Grau über den Welten. Wahre Worte, oder? Und uralt. Nichts Neues. Aber immer wieder wichtig, sich zu erinnern. Wisst ihr, man kann auch nur so gut manifestieren, wie es einem das eigene Karma auch erlaubt. Zum Beispiel gibt es zum Beispiel bei jedem von uns noch vergangene Glaubenssätze, Überzeugungen, Eide, Schwüre, Gelübde, Gottesverzichte zum Beispiel, Banner, Flüche, Seelenverträge, Seelenverkäufe, Bindungen an Personen, Organisationen, Armutsgelübde, die es als Vorleben gilt aufzulösen. Wie kann dabei zum Beispiel die Runa-Lehre sehr interessant aus Hawaii spielen? Und ihr werdet erkennen, dass diese alte Lehre des Runa tatsächlich auch den hermetischen Gesetzen entspricht und diese erfolgreich anwendet. Globales Wissen. Ihr lernt praktisch die Dunkelheit zu transformieren, das ist ganz wichtig, und einfach nur Licht zu sein, ohne euch zu verbiegen. Denn das entfernt euch von euch selbst. Authentisch zu sein, ganz wichtiges Wort, ist einer der wichtigsten Faktoren eures energetischen Aufstiegs. Ich bin. Seid einfach. Is Isis. Je suis Jesus. Aber das wird oft falsch verstanden. Das Idealbild vom sitzenden und meditierenden Buddha auf 7000 Meter Höhe in völliger Transzendenz macht noch keinen erleuchteten Menschen. Aber euer Nachbar, von dem ihr es am wenigsten vermutet, der kann erleuchtet sein. Und dazu zitiere ich euch nochmal einen Text aus dem alten Mesopotamien und umachtet darauf, welche Last ihr auf euch ladet. Denn nicht die Götter befinden und richten im Jenseits. Vielmehr richtet ein jeder selbst durch die Art des Bündels, die er für sich schnürt. Glücklich sind jene, die mit leichtem Gepäck den Fortgang der Wanderung antreten. Wer bereit ist und sich berufen fühlt, ihr Lieben, einen kleinen Teil seines Lebens mit mir und den anderen Teilnehmern zu gehen. Wer mit dieser Botschaft von mir heute in Resonanz geht und ein Teil dieser genialen Gemeinschaft sein möchte, der ist herzlich eingeladen, sich anzuschließen. Und ich habe es ja am Anfang versprochen, ich rede noch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen. Wisst ihr, als kleiner Junge, als ich so fünf, sechs war, Vorschulalter, da bin ich zu der Losbude gegangen. Mir schien wirklich, man könnte das so salopp sagen, die Sonne aus dem Hintern. Zieh ein Los und hab einen Hauptpreis. Mein großer Bruder zieht zig Lose, hat nur Nieten. Ich ziehe für meinen Bruder ein Los und hab den Hauptpreis. Das war einfach so. Mir ist alles in den Schoß gefallen. Auch das Lernen. Ich habe niemals wirklich lernen müssen. Mir ist alles irgendwie in Erinnerung gekommen. Aber dann kam das System. Dann kam Schule und das ganze System der Indoktrinierung. Und das war es erst mal. Ich konnte das dann nicht mehr. Irgendwie konnte ich es dann doch noch. ich hatte Zeiten wirklich, da musste ich mir Dosenkonserven von meiner Großmutter geben lassen, um überleben zu können. Ich habe Zeiten gehabt, da war mein 20 Jahre altes, 30 Jahre altes Auto oder wie alt es war, ich weiß nicht mehr genau, hatte so abgefahrene Reifen, dass schon der Stahl rausguckte. Ich habe auch wirklich schlechte Zeiten hinter mir. Da können viele mithalten, da bin ich überzeugt. Aber ich habe dann wieder gelernt, so ein bisschen für mich, weil ich das Thema nie losgelassen habe, der Schöpferkraft von klein auf, habe ich wieder gelernt zu manifestieren. Aber es hat irgendwie nie gereicht. Es war immer so, dass es für andere reicht, dass das Finanzamt bezahlt wird und dass alle ihre Rechnungen kriegen, aber dass bei mir am Ende des Geldes noch Monat übrig war. Ich kenne das Gefühl und wir kennen das Gefühl. Und das ist kein schönes Gefühl. Aber dann kamen diese Erinnerungen wieder, wie es richtig funktioniert. Und ich habe mich wieder reingekniet und mit den alten Schriften befasst. Und ab dann lief es wirklich wie geschmiert. Und heute können wir so manifestieren, dass innerer und äußerer Reichtum gelebt werden kann. Es geht um die Wiederentdeckung unserer Erinnerungen. Es geht darum, dass wir das Alte, was existiert, wir müssen nichts Neues erfinden, wieder anknüpfen und wieder leben. Wisst ihr, als wir aus Deutschland ausgewandert sind, wir sind nicht ausgewandert, um vor irgendetwas zu fliehen, wie viele behaupten, sondern weil wir uns berufen gefühlt haben, woanders zu leben und dort zu wirken. Und es auch unsere Aufgabe und zu unserem Seelenplan gehört. Und ich hatte, ich kann es euch sagen, eine der bestgehendsten medizinischen Naturheilpraxen der Region. Ich habe mit einer One-Man-Show alleine einen fünfstelligen Umsatz jeden Monat generiert. Und wisst ihr, was ich gemacht habe? Den Schlüssel rumgedreht und abgeschlossen. Punkt. Ich habe abgeschlossen und tief durchgeatmet. Es war ein Befreiungsgefühl. Weil es war mein eigenes Gefängnis auf Dauer. Von morgens früh bis spät abends ohne Familienleben richtig und die Kinder waren im Bett, wenn ich nach Hause komme. Ist das das Leben, was wir uns wünschen? Nein, dachte ich mir. Wir sind unserem Ruf gefolgt und wir sind ausgewandert mit wenig, mit ganz wenig Erspartem. Weil wir hatten kein Haus, was wir verkaufen konnten oder irgendwas. Aber wir haben manifestiert. Wir haben jeden Tag mehrfach täglich gebetet, manifestiert, Glaubenssätze gemacht. Wir haben mit vollem Vertrauen in die göttliche Urkraft und an die Urquelle darauf vertraut, dass wir geführt werden. Das wurden wir. Okay? Alles ist möglich, ihr Lieben. Alles ist möglich. Geld zum Beispiel ist auch nur eine Fiktion. Es ist eine Energie. Eine Energie, die fließen muss. Wir werden aber alle mit dem System wie es uns über Geld erklärt wird im Mangelbewusstsein gehalten. Es gibt nicht zu wenig Geld. Es gibt nur ein Verteilungsproblem. Und Geld ist nur dann schlecht, wenn ihr es jemandem wegnimmt, jemandem schadet oder mit schlechten Absichten handelt oder es hortet. Es ist für euch wichtig und es ist da, damit es fließen kann und ihr euch realisieren, verwirklichen, selbst verwirklichen und finden könnt. Das ist ganz wichtig. Und darauf gehen wir auch ganz enorm und tief im Seminar ein. Ich erkläre auch, wie Geldschöpfung funktioniert. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Denn wenn ich weiß, wie Geldschöpfung funktioniert, verstehe ich das System und dann verstehe ich auch, dass ich ein Grundrecht darauf habe und dass ich eigentlich geborener Millionär bin. Wir sind damals auch ins kalte Wasser mehrfach gesprungen. Aber wie gesagt, wir hatten Vertrauen in unsere Sache, wir hatten Vertrauen in unsere Führung, wir folgten unserem Ruf und gingen immer wieder durch das Nadelöhr mit allen Konsequenzen. Es gehört also auch, wenn ich Punkt B erreichen will, dazu, dass ich natürlich A verlassen muss. Ich kann nicht Punkt B erreichen, wenn ich ein A festhalte. Okay? Ihr Lieben, wer Interesse hat und sich berufen fühlt, das Seminar startet am Mittwoch, den 11. September um 20 Uhr mitteleuropäischer Zeit, ist 14-tägig, geht also über acht Termine, vier Monate. Wir brauchen auch diese 14-tägigen Pausen nach jedem Termin, damit Raum für Entfaltung des Inhalts entstehen kann. Das ist ganz wichtig. Wenn wir so ein Ding in zwei, drei Tagen durchrödeln, wie das viele anbieten, mag das auch alles richtig und seine Berechtigung haben, aber die Inhalte müssen ja erst mal wirken, bevor zum nächsten Thema gegangen wird. Und deswegen nehmen wir uns immer 14 Tage Zeit, es wirken zu lassen, es in unseren Alltag einzubinden, es zu fühlen und zu spüren und dann zum nächsten Thema zu gehen. Dann empfinden wir auch und spüren auch schon bereits während des Seminars eine innere, persönliche, eigene Entwicklung. Deswegen mache ich das so. Okay? Ihr erhaltet innerhalb des Seminars auf jeden Fall Aufzeichnungen, Videoaufzeichnungen aller Tage. Es kann mal sein, dass jemand nicht teilnehmen kann oder er einfach die Dinge nochmal aufarbeiten möchte und nochmal sehen möchte. Es gibt Folien zu allen Seminartagen über den Inhalt. Ihr bekommt dazu ein 244-seitiges Buch von mir, das nicht veröffentlicht ist über das Thema Erfolgreich manifestieren. Unterlagen zur Quabalistik. Ihr bekommt Austausch und Unterstützung über einen eigenen, privat geführten, nur für die Teilnehmer geführten Telegram-Kanal. Und vier bis fünf Monate nach Abschluss des Seminares gibt es ein weiteres Treffen, um die Erlebnisse, die Ergebnisse, die eigenen Fortschritte, aber auch natürlich Fragen nochmal besprechen zu können und wir einfach gemeinsam nochmal sehen, wo stehen wir denn? In diesem Sinne, alles, alles Gute, seid gesegnet, ihr Lieben. Ich habe noch einen letzten schönen Spruch für euch, den ich euch vorlesen möchte. Jeder Wunsch, den wir hegen, ist Gottes Wunsch. Und es besteht ein unbegrenzter Vorrat dieser universellen Geistessubstanz, die wir mit unserem Bewusstsein in Einklang mit unserem Herzen, ich würde es noch erweitern, dem Solarplexus, und den hermetischen Gesetzen einsetzen können, damit jeder Wunsch, damit jedem Wunsch Genüge getan werden kann. Wir brauchen nichts weiter tun, als anwenden lernen, was Gott für uns erschaffen hat. und es ist sein Wille, dass wir das tun. Dafür sind wir hier, damit wir frei werden sollen von jeder Begrenzung und dass wir im Überfluss frei sind. Amen. So sei es. Alles Gute, ihr Lieben. Das ist ein Wunsch. So ein Wunsch. Das ist ein Wunsch. das Wunsch. Das ist ein Wunsch.